Tja, herzlich willkommen zum Kino-Podcast Hören, was Sie sehen. Heute zum Film Solo, Star Wars Story. Ich habe mir einen Star Wars Fan mit dazu geholt, denn das ist nicht ganz meine Baustelle, wenn ich ehrlich bin. Hallo Basti. Hallo Stefan, freut mich, dass ich hier sein darf. Du hast am Vorfeld ein bisschen gehadert, den Film zu schauen. Also du warst noch nicht so ganz so überzeugt. Warum eigentlich? Ich war nicht ganz überzeugt. Zum einen der Idee Wegen und auch die Trailer haben mich jetzt nicht ganz umgehauen, sage ich mal. Also nicht wie, ich sage jetzt mal, ein Infinity War Trailer, wo man wirklich schon total drauf gewiebert hat, sondern es war, der Trailer war da und ich wollte mir den Film trotzdem angucken, aber ich war nicht ganz so gehypt, sage ich jetzt mal, so ganz modern. Jetzt wo du ihn gesehen hast, bereust du es, dass du ihn gesehen hast? Überhaupt nicht. Der Film hat meine Erwartungen mehr als erfüllt und ich kann jedem empfehlen, auf jeden Fall ihn zu besuchen. Okay. Gibt es denn für Fans so besondere Bonbons, die versteckt sind oder ist das alles für alle verständlich? Also die Figur des Han Solos wird jeder Fan auf jeden Fall wiedererkennen. Es gibt also schon allein, wie er sich bewegt, wie er spricht und vor allem auch bestimmte, wie will man es sagen, bestimmte Sprüche, die ein Han Solo halt sagen würde, werden auch in diesem Film benutzt. Du hast gerade gesagt, wie er spricht. Das fand ich einen ganz wichtigen Aspekt. Also als ich drin saß, ich habe die ganze Zeit überlegt, haben die da jetzt als Synchronstimme den alten Pampel genommen, also Wolfgang Pampel, die Hausstimme von Harrison Ford, diese ja sehr knorrige Stimme, haben die den jetzt ernsthaft für diesen jungen Schauspieler genommen? Nein, ich habe heute mal recherchiert, das war Florian Clyde, der das also super hinbekommen hat, die junge Version doch da so zu sprechen. Also da auch ein dickes Lob an die Synchronisation. Durchaus, also er klang wirklich sehr, wie der junge Wolfgang Pampel. Wolfgang Pampel dann in dem Fall. Genau, aber du hast mir die Frage noch nicht richtig beantwortet. Gibt es Insider-Gags? Es gibt Insider-Gags, ich will natürlich jetzt nicht spoilern, aber Fans werden schon auf ihre Kosten kommen und manche, an manchen Stellen schon schmunzeln. Also wir haben zum Beispiel auch erfahren, wie er überhaupt zu den Namen gekommen ist. Genau, Han Solo. Das wusste ja bisher auch noch keiner. Man muss nicht verraten, nicht verraten. Man muss nicht querdenken, um auf den Namen zu kommen. Nee, es war dann relativ einfach, aber trotzdem gut. Wie fandest du denn den Rest? Wie fandst du die Story? Wie fandst du die Umsetzung von den Bildern her? Die Umsetzung, also wie gesagt, sind wieder fantastische Bilder. Es ist eine actionreiche Handlung, eine spannende Handlung mit Liebe, Verrat, Tod, allem, was man sich eigentlich bei einem guten Familien-Actionfilm wünscht. Es gibt jetzt keine brutalen Szenen, also man kann es sich wirklich mit der ganzen Familie angucken. Es macht Spaß, hier zu schauen. Man kann lachen, man kann weinen. Es gibt wirklich Szenen, wo man sagt, okay, der arme Han. Dein Zitat, Liebe, Verrat und Tod, alles, was man sich für einen Familienfilm wünscht, wird in die Zitatebank der Filmkritiken eingehen. Ja, genau. Tja, wen sehen wir denn alles, außer Han Solo und Chewie von den altbekannten Figuren? Oder wäre das jetzt zu viel Spoilern? Nö, also ich glaube, im Trailer hat man doch Lando Carician hat man gesehen. Viele werden ihn kennen aus den ersten Star-Wars-Teilen, also Teil 4 bis 6, die ja zuerst gedreht wurden im letzten Jahrhundert sozusagen schon. Das ist ein bekanntes Gesicht, was auch sehr markant auftritt und da erfahren wir dann auch, wie Han Solo sozusagen seinen berühmten Millennium-Falken bekommen hat. Jetzt steht ja im Raum, wenn der Film gut ankommt, vielleicht weitere Solo-Filme zu machen. Wie stehst du dazu? Würde dich das jetzt freuen? Also A, vielleicht Han Solo nochmal in einem eigenen Abenteuer zu erleben oder auch die Geschichte von anderen Star-Wars-Figuren in einem Einzelfilm nochmal genauer zu beleuchten. Wie stehst du dazu? Also ich glaube, diese Solo-Filme können funktionieren. Der jetzige Han Solo-Film hat mich sehr überzeugt. Der vorherige, ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher, wie hieß er denn? Rogue One? Rogue One, genau. Rogue One hat uns, glaube ich, alle, hat viele nicht überzeugt, mich auch nicht. Aber ich denke, die Geschichte von einigen bekannten Star-Wars-Charakteren nochmal detailliert aufzufassen, ist eine durchaus spannende Kiste. Wer wäre da dein Wunschkandidat? Wer wäre da dein Wunschkandidat? Nein, nein. Somit wirst du jetzt von allen gejagt. Tja, wer wäre da ganz spannend mal? Oder wer wurde da noch wenig beleuchtet? Und ganz klar, das hat jetzt der oberste Herrscher, jetzt komme ich, Snoke, über Snoke mal einen Solo-Film zu machen, das wäre sehr interessant. Ich denke mal, das wird auch noch kommen, weil er ist jetzt im, jetzt muss ich kurz, im achten Teil einfach so verschieden, ohne jetzt zu spoilern. Das ist ja, da regnen sich ja auch die Gerüchte. Ja, stimmt, aber... Gleich ist er im Seelenstein gefangen. Das wäre durchaus nochmal interessant, da die Vorgeschichte zu erfahren. Okay, deine Wertung für Solo-Star-Wars-Story? Meine Wertung, wie gesagt, also ich habe bei dem Film nichts vermisst, ich musste nicht auf die Uhr schauen und habe mir auch bei keiner Szene gedacht, ach Gott, ich möchte jetzt vorspulen. Von daher würde ich ihm wirklich, ja, 10 von 10 Punkten geben, also es war wirklich ein schöner Film. Okay, und ich lasse das jetzt so stehen, unser Star-Wars-Fan gibt Solo 10 von 10 und die hat er sich dann auch verdient. Genau, möge die Macht mit diesem Film sein. Ich verabschiede mich und wünsche allen, die den Film noch vor sich haben, ganz viel Spaß beim Schauen. Genau, ciao.